Ok los auf Es ist kalt, zum Ecker sind wir hier Oh FREIHEIT Das ist wenigstens mal ein Sniper, dass die alle One-Hip machen So wie ich das will Hm Aber nicht ganz das, nach was ich genau will Oh Moni Hehehe Aus nächster Nähe Oh Aua Oh 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 Wo seid ihr denn alle? Was gibt's denn hier? Oh C4 C4 und der Tag gehört dir C4 und der Tag gehört dir Soweit ich richtig hier sehen Oh 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 Was ist das? Oh 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 Yeah Oh Yeah Oh 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 Schluss mit dem Geh jammeln. Gibt es hier was besonderes? Nein. Fertig. Lass. Oh. Warte. Geil, beim ersten Mal. Aua, wo ist der? Hier, 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 guck mal. Das sind alles. Alter, ich liebe dieses. Das ist das geilste, was ich hier hatte. Ist da noch mal einer? Oder war das das Feinde? Hm, das ist hier gekannt, ne? Jolo. Weiter los. Ja, mach ihn mal. Da hinten war noch einer. Irgendwo, keine Ahnung Jolo. Da unten irgendwo. Ach, der kommt schon, wenn er was braucht. Alter, irgendwo ist da noch so einer. Da unten. Na wie? Awa. Irgendwie ist. Da unten. Da unten. Das ist vorbei. Wir haben Gesellschaft. Achten auf die Atmen. Hui. Alles in die Luft. Wie konntet ihr überleben? Irgendwer schießt mich von hinten ab. Oh Gott. Nehmen wir noch eine mit Granadenwürfe. War das nicht schon vorher geklärt? Ich bin ein Wunderbar. 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 Komm dir mal! Komm schon nach! Wir müssen abhauen! Wo sind die anderen tausend anderen Gefangene? Ich hab hier zu... Du hast gesagt, Xinjie wäre gar nicht tot. Cheng wollte ihn töten. Jetzt ist er auf der USS Valkyrie. Dein Mann? In Erführungszeichen. Ja, unsere CIA-Tan. Wenn Cheng herausfindet, wo er ist, dann ist Chinas Zukunft in Gefahr. Scheiße auf Chinas Zukunft. Alle an Bord unseres Schiffes sind in Gefahr. Dagegen können wir nichts tun, mein Freund. Loll, das sind gar nichts eigentlich. Wer zum Teufel ist das? Scheiße. War das auch Teil des Plans? Heli! In Deckung! Wo? Wie schießt denn ab? Okay, das war jetzt nicht gerade gut. Dicken aus Metall zu schießen. Dicken aus Metall zu schießen. YOLO! Komm schon, Nan. Wir müssen abhauen! Vielleicht kann ich ja uns irgendwie retten. Da kommt denn nicht einer umsonst mit einem Racket... äh mit einem Granatwerfer hoch. Böse. Tennis Metall! Das haben doch gleich durchgeballert. Hast du die beste Idee, Irish? Hast du die beste Idee, Irish? Hast du gesagt, Xin Ji wär gar nicht so. Cheng wollte ihn töten. Jetzt ist er auf der USS Ventory. So, ich kann hier in Ruhe schieben. Wer zum Teufel ist das? Oh fuck. Jetzt kann ich was schießen. Komm, treff den mal. Oh fuck. Ich bin in den Arsch. Was ist ein Nachhinein? Hui. Okay, wir sind in den Arsch. Oh Gott, der ist tot. Alles klar bei euch? Ich bin am Leben. Rossi ist tot. Wenigstens starb er als freier Mann. Hoch mit dir. Mach schon. Los. Wir haben einen langen Weg vor uns. Systemüberprüfung. Kurzwelle steht. Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir. Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns zuerst nähern. Bis dahin absolute Funkstille. Aye, aye, Captain. Irgendein Zeichen von Tumsturm? Gar nichts. Nicht mal eine Trägerwelle, Sir. Wir werden hier verrecken. Wir bleiben zusammen. Und am Leben. Soll ich lieber fahren, Irish? So gut, Hannah, ich schaff das. Ich komme hoch zu dir. Ohne Essen und Wasser halten wir nicht mehr lange durch. Gib uns Deckung, Wrecker. Du bist das weit, bis zu diesem verdammten Stützpunkt. Geht's dir auch wirklich gut? Lass einfach mich fahren. Nur über meine Leiche, Hannah. Warum kannst du mir nicht vertrauen, Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über dich. Wem gilt überhaupt deine Loyalität? Weißt du, vergiss es. Ach ja? Versuch's doch mal. Ich habe Jinji meinen Eltern, meinen Geschwistern und ihren Kindern vorgestellt. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Am nächsten Tag kam Jay Statton und warten wir doch nicht. Sie haben alle getötet. Langsame. Wow. Diesmal muss ich sagen, das wusste ich nicht. Pass auf, Hannah. Es tut mir leid, okay? Vertrauen verdient man sich, Irish. Verfluchte Scheiße! Los, los, los. Russen! Haben die uns gesehen? Ganz ruhig, dann sind wir sicher. Das nennst du sicher, Hannah? Wir müssen hier raus. Es sind zu viele, verdammt! Leise, Marie! Komm, los, los, los! Bewegung! Alles okay? Ist was auf den Kameras oder Sensoren? Alles sauber. Wir haben drei Minuten. Was ist das? Ein Observationsposten? Ja. Kommt jetzt, Leute, Bewegung! Hey, wir wären fast aufgeflogen. Dachtest du, du wärst ein Marine? Tombstone Squad, siebte Flotte. Ah, woher kommst du? Brooklyn, East Flatbush. Was, auf der Tilden oder Wingate? GWH. Westinghouse? Ja. Echt? Da war mein Bruder. Mein Dett hat ein Restaurant in Brownsville. Wer sind die beiden? Rekka, Squad Leader. Sie ist vom chinesischen Geheimdienst. Und eine gute. Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich, Zauberei? Ich zeige euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Eichstelle zurückgedrängt. Wir brauchen einen von Spot nach Westen. Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt, natürlich. Ist ein Kilometer östlich. Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gib ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Habt ihr noch was im Wagen, das die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Rekka, stimmt's? Molinas Hotpockets, der Laden meines Vaters, das beste Hühnchen der Stadt. Musst du mal mit deinem Squad hingehen. Okay, Marines, na los, alles mal brennen und dann weg hier. Zieht Leine! Das beste Hühnchen der Stadt. Mann, hab ich Hunger. Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt. Sobald wir bei den US-Truppen sind, müssen wir es der Bakery mit...